Hallo, wir sind's von der PCO und EWE. Ja, hallo, hallo, hallo. Ja, mein Name ist Rüdiger, ich bin Christian, Christian Gebel. Ja, mein Name ist Volker Hiesche. Guido Ullmann ist mein Name. In drei Worten, ui. Es ist Spaß, es sind hoffentlich gute Gespräche, die wir führen werden und natürlich auch feiern am Abend. Machen wir es kürzer, ein bisschen rüberlaufen. Ich freue mich wirklich, viele Kunden zu sehen und Unternehmen kennenzulernen, die Interesse am Bereich IT-Security haben. Weil sie einfach genau diese Leidenschaft dort auch mitnehmen können und ich glaube, da werden sehr, sehr viele Menschen sein, die das genauso sehen und auch genauso teilen. Das ist eine tolle Energie, die uns einfach hilft, am Ende des Tages diese Herausforderung zu bewältigen. Wir rocken das. Wir rocken das Ding, ja. Naja, ich lebe für IT-Security. Tatsächlich, ich will nicht sagen, es ist mein komplettes Leben, aber es ist ein großer Teil meines Lebens. Lass uns reden über Security, es geht uns alle etwas an, nicht nur den ganz Großen, sondern auch den Kleinen. Tatsächlich, alle Geschäftskunden muss das Thema unter den Nägeln brennen tatsächlich und daher treten wir hier gemeinsam mit euch an, um einfach auch noch aufmerksamer auf dieses Thema zu machen. Also auf der Agenda sind viele interessante Punkte, die für alle relevant sind, aber besonders freue ich mich natürlich auf den Austausch mit Kunden in unserem EWE Chalet, was wir exklusiv haben und wo ich jeden Kunden gerne begrüßen möchte.